So, moin Leute. Es ist der Tag nach dem Kampf. Viele haben es ja gestern gesehen. Vielleicht werden noch ein paar Leute die Highlights sehen und haben nicht reingeschaltet. Als allererstes wollte ich mich bedanken an die ganzen Leute in der Halle. Allein schon als ich reingelaufen bin, wie viele Leute mir zugesprochen haben. Ich habe vor sechs Jahren mit Clash Royale angefangen. Das ist anders. Das ist wirklich anders. In meinem Kinderzimmer mit einem Mobile Game und Max kennengelernt in Paris zu 13.000 Leute in der Längstes Arena und ich boxe mich da. Nochmal Props an Hanky. Geiler Kämpfer auf jeden Fall. Ich fühle mich auch sehr, sehr leid. Muss ich nochmal direkt sagen, aber Ende 1. Runde habe ich schon keine Luft von bekommen. Ich habe es mir anders gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass das in der kurzen Zeit doch funktioniert, aber es funktioniert nicht. Ich werde jetzt auch erst mal drei, vier Wochen Pause machen. Sportpause und dann greife ich wieder an, werde ich wieder weiter boxen. Sehr, sehr schöner Sport. Kann ich eben nur empfehlen. Auch Props an alle Leute, die da draußen überhaupt Sport machen oder auch diese Kampfsportart wie Boxen oder MMA oder je nachdem, was ihr macht. Ich wollte mich wie gesagt nochmal herzlich bedanken. Ich habe so viele DMs bekommen auf Instagram, auf Twitter. Leute, die mich dort auf der Veranstaltung angesprochen haben. Wirklich an alle. Ich küsse euer Herz. Das ist insane. Wirklich. Ich war deswegen auch, glaube ich, am Ende so emotional und so gerührt. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild mit meiner Mutter gesehen habt. Also er hat mit mir die Emotionen dann nochmal durchgegangen, weil es waren halt wirklich drei Monate. Viel Arbeit, harte Arbeit. Ich habe immer vor meinem Training mit meinem Valorant Team immer schön 9 Uhr raus, 9.30 Uhr ins Boxen, Sparring, Laufen gegangen, geschaut, dass ich irgendwie zunehmend, dass Henke nicht so einen krassen Gewichtsvorteil hat. Hat mir auch nochmal der Ringrichter gesagt, eigentlich ist das nicht zulässig in 80 und 90 Kilo. Nichtsdestotrotz habe ich Bock auf den Rückkampf. Dann haue ich mir nochmal vier, fünf Kilo drauf. Dann wird das nochmal anders ausgehen, auch mit Ausdauer, mit einer gesunden Lunge und einem gesunden Herz vor allem. Und dann greife ich da nochmal an und ich habe Bock auf nochmal so ein Event. Und ich wollte mich einfach nochmal herzlich bei euch bedanken, dass ihr da so hinter mir steht und immer noch oder hinter mir standet auch. Und ihr seid wirklich die Besten. Wirklich. Ich kann gar nicht verstehen, wie ich das verdient habe. Wirklich. Also insane. Insane geiler Support. Ein Vlog wird auch noch kommen. Muss ich mal gucken, meine Kamera ist gestern ausgegangen, wie viel Material ich habe. Ich glaube, ein bisschen Material von Unicorns, die haben auch aufgenommen. Und dann sehen wir uns heute Abend im Stream. Wie gesagt, ich bedanke mich herzlich bei euch. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und ja, vielen, vielen Dank und auf eine schöne weitere Zeit. Haut rein.